Willkommen bei der Zimmerei Müller aus Kürten-Nibach. Wir sind seit 75 Jahren ein Familienbetrieb aus Nibach. Unser Leistungsangebot besteht aus den verschiedensten Bereichen. Erstellung von Dachstühlen, Carports, Gauben, Überdachungen, Terrassen, Holzbelägen, Reparaturen von beschädigten Hölzern, in Fachwerk, Fassaden, Gartenbereich, Betonieren von benötigten Fundamenten für Carports, Vordächer, Überdachungen. Kompetente Beratung, Angebotserstellung, Koordinierung von Folgehandwerkern angepasst an Ihren Bedarf. Kontaktieren Sie uns. Ihre Zimmerei Müller aus Kürten-Nibach.